Schon seit einiger Zeit unterstütze ich den Verein Roll-On Austria. Am Sonntag, dem 25. September, haben wir etwas ganz Besonderes vor. Wir feiern ab 11 Uhr einen Frühschoppen auf dem Zwölferhorn in Sankt-Gilgen, hoch über dem Wolfgangsee. Die Zwölferhornbahn verkehrt an diesem Tag für behinderte Personen gratis. Ich freue mich auf Sie, unser Publikum, auf X-Blech, eine böhmische Partie und darauf steht es ja. Also, Prost. Also, Einschenkung muss ich noch.